Musik 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 Ich genieße gerade so richtig die Oktober-Sonne, schön warm, 20 Grad plus. Aber eigentlich bin ich zum Arbeiten hier, denn heute heißt es Offroad mit der G-Klasse. Musik Musik Heute geht es aber nicht einfach nur ums Offroad-Fahren. Ich nehme an einem Training teil, um zu lernen, wie man es richtig macht. Unser Arbeitstier, die neue Mercedes G-Klasse, ist dafür bestens gerüstet. Mit einer Bodenfreiheit von 24,1 cm, einem Böschungswinkel von 31 Grad vorne und 30 Grad hinten, sowie einem Rampenwinkel von 26 Grad kommt sie überall durch. Ebenfalls sicher hilfreich sind zudem die 422 PS aus dem 8-Zylinder unseres G 500, sowie der serienmäßige Allradantrieb und eine Warttiefe von bis zu 70 cm. Egal bei welcher Fahrveranstaltung ich bin, immer gibt es sogenannte Instruktoren. Aber wie wird man das eigentlich? Muss man sagen, ich bin für Mercedes schon, als die, gab es so Aktionen, dass man Mädels für eine Frauenrallye sucht. Da habe ich mich beworben. Ganz einfach. Ich wurde genommen und bin dann da, habe ich so die erste Berührung gehabt mit Offroad-Fahren. Dann hat sich das halt entwickelt. Dann habe ich mir irgendwann mal mein eigenes Rennauto gekauft. Und ich habe tatsächlich Freude dran, Menschen zu erklären, wie das mit dem Offroad-Fahren funktioniert. Und dann liegt natürlich als Mitarbeiter von Mercedes nichts näher, dass man sagt, ja, bringe ich es auch anderen Menschen bei, in einem entsprechenden Format. Also die wichtigsten Dinge, die ich bei einem Fahrtraining den Teilnehmern mitgeben möchte, ist zum einen mal Freude dran, mit einem Fahrzeug tatsächlich Offroad zu fahren. Dann auch eine gewisse Sicherheit. Dass ich persönlich ein gutes Gewissen dabei habe, zu sagen, ja, ich habe denen so viel beigebracht oder sie wissen so viel drüber, dass sie a. sich selber nicht gefährden, b. auch so ein bisschen schauen, dass Offroad heißt ja immer abseits der Piste. Also man ist ja dann auch oft in der Natur unterwegs, dass man da auch keine Bäume oder was auch immer. Und halt auch, dass so eine gewisse Sicherheit ist und dass die Leute einfach ein gutes Gefühl dabei haben. Das ist so das, wo ich sage, ja, das ist mein Antrieb zu sagen, das möchte ich ganz gern. Wir bieten ja nicht nur die Offroad-Trainings an, sondern auch die Onroad-Trainings. Und ich glaube, so die Schwellen tatsächlich an einem Training teilzunehmen und da ist es egal, ob man sagt, ja, okay, ich habe mir mal eine G-Klasse gekauft und ich möchte da einfach wissen, was das Fahrzeug alles kann. Dann auch so den Switch zu haben zu den Onroad-Trainings, weil das, da hat man das ja im Film, dass dann die driften und dann ist es im Schnee und das sieht alles sehr spektakulär aus. Und ja, manche sind in der Tat so, dass sie sagen, ah, ich melde mich da lieber nicht an, weil, wer weiß, vielleicht blamiere ich mich. Was aber absoluter Quatsch ist, weil es ist tatsächlich was, es kommt, wenn die Leute so fragen, ja, muss ich denn so und so fahren? Dann sage ich immer, ja, es kommt drauf an. Fahr so, dass du dich dabei wohlfühlst. Und das gilt für Offroad als auch für Onroad, dass man sagt, es geht nicht darum, ob man das jetzt genauso spektakulär machen kann und ob man den Drift jetzt, keine Ahnung, was 50 Meter hinkriegt, sondern es geht darum, dass man eine Sicherheit hat, dass man Freude hat und einfach so, ja, Spaß, schlicht und ergreifend. Und ganz wichtig ist, auch wenn das Auto hier beim Abwärtsfahren so ein bisschen ins Rutschen kommt, nur keine Panik. Das Trainingsgelände befindet sich in einem Kieswerk. Und so gibt es hier, neben einem schönen blauen See in der Mitte, reichlich interessante Auf- bzw. Abfahrten sowie Wasserdurchfahrten. Direkt angrenzend fordern schlammige Waldwege zum Durchqueren auf und auch hier gibt es reichlich Steigungen zu bezwingen. Die Teilnehmer eines solchen Trainings sind ganz unterschiedlich. Vom echten Offroad-Fan mit Erfahrung bis zum Käufer einer G-Klasse, der einfach mal ausprobieren möchte, was sein Fahrzeug leisten kann, ist alles dabei. Eines haben aber alle gemein, Spaß am Fahren. Als Instructor geht es nicht nur darum, den Leuten das Fahren näher zu bringen, sondern es geht auch immer um die menschliche Seite. Und deswegen haben Instruktoren immer wieder schöne Geschichten zu erzählen. Und zwar war da ein Vater mit seiner Tochter. Und die Tochter, und die hat extra beide angemeldet und so weiter, und auch, dass die Tochter fahren wollte. Und auf jeden Fall war das dann so, dass dann die Tochter am Anfang so kurz gefahren hat und hat sie gesagt, nein, will ich nicht machen und überhaupt. Und wir haben sie dann doch dazu gebracht, dass sie dann so ein bisschen gefahren ist. Und lange Rede kurzer Sinn, dann war es irgendwann mal so, dass dann der Vater nicht mehr zum Fahren kam, weil die Tochter gesagt hat, nee, ich will nochmal, ich will nochmal, ich will nochmal. Also wir haben durchweg, gibt es jetzt ein oder zwei Geschichten rauszusuchen, es gibt so viele nette Begebenheiten. Wenn man zuschaut, wie sich die G-Klasse langsam durchs Gelände wühlt, könnte man meinen, es sei langweilig. Doch ganz im Gegenteil. Auch wenn wir jetzt gerade hier langsam durch den Wald krabbeln, Offroad macht immer Spaß. Zudem schont die ruhige Art nicht nur das Material, sondern macht die Fahrt auch sicherer und besser kontrollierbar. Immer mal wieder habe ich kurz das Gefühl, dass die eine oder andere Steigung zu viel für die G-Klasse sein könnte. Doch das hält immer nur einen Moment an. Und spätestens, wenn die Technik zeigt, was wirklich in ihr steckt, lehne ich mich entspannt und beeindruckt zurück. Die G-Klasse hat drei unterschiedliche Sperren an Bord, also sogenannte Diff-Loks oder Differenzial-Sperren. Und ich frage jetzt mal unseren Instructor hier, warum eigentlich? Also da gehe ich ja das einzige Fahrzeug, das ja sehr und mehr sich drei Sperren drin hat. Also eine mittlere, eine hintere und eine vordere. Wenn wir jetzt im Gelände unterwegs sind, ja die oftmals fragen halt die Teilnehmer, ja brauche ich immer alle drei Sperren. Es ist tatsächlich so, dass die mittlere und die hintere Sperre, die braucht man, wenn man mit Sperren fahren möchte. Das ist so das, wo man drauf drückt und die hat man aber auch nicht die ganze Zeit drin. Also wohlgemerkt, wenn man mit Sperren fahren möchte. Inzwischen beim neuen G, der Antriebsstrang ist so gut, ich kann extrem viel ohne Sperren fahren. Also man ist da selber manchmal ganz angetan und denkt sich, nee, jetzt fahre ich mal extra ohne Sperren, weil das wirklich beeindruckend ist. Es ist so, dass bei den Sperren geht es um Lastverteilung, weil ein Differenzial ist ja im Prinzip dafür da, dass das Rad, das am wenigsten Widerstand hat, dass da im Prinzip die Kraft hingeht. Was heißt das dann aber auch, weil das einfach das Differenzial ausmacht, weil wenn ich ein Radius fahre von einer Kurve, dann muss ich ja schauen, dass sich das äußere Rad einen Tuck schneller dreht, weil das einfach mehr Strecke hat. Das heißt, also geht da ein bisschen mehr Power hin. Ist aber dann im Offroad-Sektor ein bisschen kontraproduktiv, weil wenn ich da tatsächlich weniger Traktion auf diesem Rad habe, also im Prinzip theoretisch eine längere Strecke fahren müsste und dort die ganze Kraft hingeht, heißt es, dass das Rad das eigentlich Traktion hätte, also ein bisschen gesperrt im Prinzip ist im Vorwärtsdrang, dass das keine Leistung mehr bekommt oder keinen Antrieb mehr bekommt. So, und dann drehen die Räder durch und wenn die Räder durchdrehen, wissen wir ja, keine Traktion mehr, geht es auch nicht vorwärts. So, was macht eine Sperre? Eine Sperre sagt genau, okay, wir haben genau diese unterschiedliche Lastverteilung nicht, sondern das ist wie bei früher den Lego-Autos, da geht es einmal so eine Starachse durch, da sind die Räder dran und es dreht sich gleich schnell. So, und genau darum geht es eigentlich, wenn man die Sperren hat. Das heißt, ich sperre die Differenziale, ich habe jetzt nicht mehr eine unterschiedliche Lastverteilung, sondern ich habe immer genau die gleiche Lastverteilung und das will ich ja dann auch. Also das heißt, wenn ich jetzt das mittlere Differenzial habe, das ist jetzt bei einem neuen G, im Vergleich zum alten haben wir jetzt eine Lamellendifferenzialsperre, das heißt, es ist wie eine Kupplung, das geht aufeinander, deshalb ist die auch, wenn ich auf 1 drücke, immer relativ schnell drin. Ich habe auch immer das, dass wenn ich es vorausgewählt habe, weil es geht nicht immer, wenn ich eine Klauensperre habe, geht es nicht immer sofort rein, weil das ist im Prinzip so, dann habe ich eine kleine unterschiedliche Raddrehzahl, einmal links und einmal rechts und dann rastet es so ein, das merkt man dann, da gibt es so ein Huppeln nach vorne. Das heißt, ich habe einmal vorausgewählt, dann ist es auf orange, wenn es aktiviert ist, ist es auf rot. Das braucht man auch so ein bisschen, weil wenn ich die ganze Zeit im Gelände unterwegs bin und ich spiele wirklich mit den Sperren, was Sinn macht, einfach weil ich unterschiedliche Radien habe von den Kurven, was ich fahren kann bei den Sperren, dann muss ich schon schauen, ist es aktiviert oder nicht aktiviert, weil was ich nicht möchte, dass ich irgendwo draufdrücke und dann das irgendwie vergesse und dann denke ich mir, huch, wieso komme ich nicht um die Kurve. Also, wie gesagt, mittlere Sperre heißt, ich habe eine gleichmäßige Kraftverleitung nach vorne und nach hinten, also vorderachse und hinterachse. So, was macht die hintere Sperre? Da haben wir genau dieses Lego-Prinzip, das heißt, das rechte und das linke Rad drehen sich genau gleich, egal ob sich das andere Rad theoretisch durchdrehen würde, das dreht halt einfach. So, das machen wir jetzt hier, wir haben hier so einen kleinen Berg, es ist ein bisschen rutschig, das heißt, ich aktiviere das, fahre so ein kleines bisschen vor, jetzt spüren wir dann auch gleich, wenn die Sperre reingeht. So, jetzt hat man so einen ganz leichten Ruck gemerkt, der kam jetzt tatsächlich nicht vom Untergrund, sondern dass die Sperre drin ist, es ist ganz merklich, also beim Offroadfahren ist ja viel, dass man so ein Popo und am Rücken spürt und jetzt ist die Sperre drin und jetzt kann ich ganz entspannt den Berg hochfahren, schön langsam, dass ich immer genug Traktion habe. So, das ist im Prinzip, wie das mit der mittleren und der hinteren Sperre funktioniert. Jetzt haben wir aber auch noch die dritte Sperre. Jetzt habe ich die Sperren wieder rausgemacht, weil jetzt geht es ein bisschen berg runter, jetzt brauchen wir die Sperre nicht, weil Traktion ist genug da. Was ich dir jetzt mal zeige, ist, wie sich der Wendekreis verändert, wenn ich die vordere Sperre noch drin habe. Also wir fangen an mit einer ganz normalen Sperre, dann machen wir die mittlere rein, dann dreht sich schon ein bisschen und man merkt, es wird nicht mehr ganz so entspannt. Dann machen wir die hintere rein und dann wird es schon so ein bisschen, dass man es an den Rädern hört, ah, okay, das sperrt so ein bisschen oder das Rad dreht sich nicht mehr so entspannt, wie man das auch vom Autofahren kennt, also vom Straßenfahren. So, wir haben jetzt hier einen guten Platz. Und jetzt fangen wir hier mal an und zwar, ich versuche jetzt mal, ich hoffe, es gelingt mir, immer den gleichbleibenden Radius zu haben. Das müsste in etwa, es müsste sich ausgehen. Jetzt mache ich die mittlere Sperre rein und es wird schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen unentspannter, aber man merkt schon, das ist nicht mehr so, irgendwas ist anders. Und man sieht es jetzt hier von innen drin, dann, wir haben schon eine Spurbreite so ein bisschen nach außen. So, also wie gesagt, ich bewege das Lenkrad jetzt nicht so extrem. So, jetzt haben wir die hintere Sperre drin. Das heißt, wir haben wie gesagt hier wieder das Lego-Prinzip. Und jetzt sehen wir schon, ohne dass man irgendwie was bewegt oder dass ich da drauf schaue, das wird, man merkt, das Fahrzeug geht so ein bisschen schwerer um die Kurve und wir sind wieder ein Stückchen weiter draußen. So, jetzt machen wir die vordere Sperre rein. Das heißt, ich habe nicht nur den Kraftschluss hinten gleich, sondern auch vorne und jetzt merkt man schon im Lenkrad, es wird schon ein bisschen mühsamer. Und wie gesagt, ich bewege das Lenkrad nicht und das Fahrzeug kriegt einen viel größeren Wendekreis. So, das ist natürlich, wenn ich jetzt im Wald fahren möchte oder so, schwierig. Also, machen wir die vordere Sperre wieder raus und wenn ich jetzt enge Kurven habe, logischerweise, mache ich auch die hintere raus. So, das war es. Ein Tag Offroad-Training in der Mercedes G-Klasse. Was mir richtig gut gefällt, ist, dass egal wie gut man meint, dass man schon fahren kann, hier lernt man auf jeden Fall noch was dazu. Und ganz wichtig, es ist auch etwas für Leute mit weniger Erfahrung. Das war es. Euer Christian Schleiner